Die Jungs da hinten haben mir das Zeichen gegeben, dass ich denen folgen soll. Assalamu alaikum. Hier sind jetzt also die Kamelen, ey. Germany. Hey, Camel. Die Jungs haben mich jetzt eingeladen, auf den Kamel zu reiten. Wow, das ist immer ein Feld. Ich bin nicht frei. Hier ist Schafen, heute Nacht. Das ist mein Schafenplatz. Nein, nein, nein. Finished. Finished.